hey mit dem video hier ist das willan tfg ich weiß dass ich vor paar tagen halt keine videos mehr über so halt fortnets und so weiter hochgeladen habe oder über play sie gaming zeit zum beispiel wo ich auf play sie gezockt habe es gibt dafür gründe warum ich halt nicht mehr zocken konnte erster punkt hat ja der erste grund gründe war mein controller ist kaputt halt und ja ich kann jetzt irgendwie nicht zocken weil ich hatte zwei kontrolle ein kontrollers kaputt gegangen habe ich den nächsten benutzt eigentlich die nächste war von mir gewesen der eine war von meinem bruder also von meinem bruder kontrollers kaputt gegangen weil irgendwas gemacht hat zweiter punkt mein controller ist auch noch kaputt gegangen wegen meinem bruder und ich sitze da gefällt jetzt gerade seit drei wochen also oder etwas weniger und warte gerade auf einen neuen controller also ja deswegen werde ich dann halt etwas mehr handys videos mehr auch laden und ich war ja auch sehr sehr fast unaktiv gewesen auf meinem kanal weil ich gerade mehr auf meinem anderen kanal war und ich hatte sowieso auch keine idee mehr gehabt was ich machen sollte deswegen habe ich heute eine idee gehabt aber ein bisschen horror games zu zocken mit euch bisschen so halt jumpscare mäßig und so weiter und deswegen habe ich ein spiel gefunden und das spiel heißt lazzareto ein chapter one also neue episode also die alte episode die erste episode die erste episode und es ist ein horrorspiel wie versuche mal alles wieder neu zu spielen oder scheiß egal ich bin aber weiter mit meinen meinen sieben also ich bin ja sowieso ja nicht so weit gekommen also ich bin ja sowieso nur ein kleines stück hier gekommen also es ist ein horrorspiel was eigentlich sehr creepy schon beginnt also strebe ich es mal kurz um ich muss gleich kurz was und ich bin gerade umdrehen und ich bin gerade hochgegangen kann ja noch sein wir sind jetzt hier also war doch kurz hat ist etwas leiser mal so preis jetzt mal ein bisschen so so wenn es hört mache ich etwas leiser also kann man sie leiser stellen ich will diese mast wie kann man diese steuer okay wenn du mir wenn du mir noch diese hintergründe halt hört das dann gut wenn nicht wenn du mich halt sehr schlecht hat dann kann ich auch nichts dafür also warte mal kann man das sie mir noch leiser machen sollte noch ein bisschen leiser stellen kann man doch ein stück ja genau ich lass mal so muss sein hat das ein bisschen besser also jetzt dann halt um ein ich weiß selber nicht um was sich handelt ich bin halt hier auch neugierig ich sagte auch zum ersten mal wer hält da ich ganz haut kann man die durch oh scheiße damit was ist das oder bin ich das spiel macht schon bock also ich kann es gerne in infobox verlinken wenn ihr gerne spielen wollt und ja keine ahnung was ich hier machen also ich habe mich gar nicht hier oben ich bin so schlecht in das spiel also erwartet ja nicht so vieles bei mir also ja hier geht es um zu kommen hier hoch hier kann man leider nicht mehr hoch also muss ich versuchen hier noch mal alles durchzusuchen also durchsuchen und sorry nachrichten halt typisch nachrichten was muss ich hier hier suchen digga was ist das eine maske was ist das ja heul doch nicht was ist das top the tape hekte fresse ich will geht das kann man nicht machen die frau nervt gleich das kann man durchkommen hier war ich noch mal nicht rein hier kann ich auch nicht reingehen was alter ich schasse das digga wenn es von außen so kipp muss wieder runter gehen ich glaube man muss wieder runter gehen also wenn man oben halt nicht funktioniert da muss man versuchen von oma zu kommen also sonst geht es ja nicht oben mit gelaufen soll man sich runter geht ist doch ich kann mehr all teils die gänse auf digga doch mal auf auch scheiß kann man der gefühl stoppt den menschen ich kann mir gleich auf das game noch verstehe da geht das ich will ich hatte so jumps geht diesen so tierisch kripp der schatten so soll zu spiele die engländer die leute die englisch können hier lesen die sind schön lesen leute immer schön gut lesen also was wir doch mal kurz weiter also das ist hier also hier ist der die toilette die ziemlich abgestopft wurde mit der ungesundheit also muss ich jetzt mal rechts gehen was dafür was ist das man das wurde google was ist meine folge jason tachelt also hier gibt es ja nichts außer nur diese gewicht dinge oder was ist das dann gibt es gewichtigen also von gewichtheit mäßigkeit wie groß man halt über gesamtlich hat ist und ja noch griepiger geht das spiel gar nicht mehr also wenn es halt von links und rechts etwas rauskommt der geld habe ich nicht okay junge ja das ist das für eine scheiße digga ich will raus digga scheiße sie hat mich eingesperrt kacke digga sie will mich töten digga wie eine leiche die mich gefühlt einfach mal kurz hops nimmt dir digga okay komm hier weiter scheiße nein die tür zugemacht hallo entschuldigung mit verschämtheit ziemlich abstoßen also muss ich wieder dahin gehen wo ich halt zuletzt war also hier also hier durchgehen aber weil ich hier drinnen gewesen die doch nicht oder ist deine okay sehr interessant sehr sehr interessant also ich bin ziemlich abschulden hier für hier hör doch auf mami hör doch auch die dolly forget me for ever time ich glaube man muss wieder hoch gehen weil wir unten gibt es ja nichts was man suchen kann also so muss ich wieder hoch gehen also unten ist ja außer die sache halt irgendwie nichts mehr zu tun halt und ja deswegen gehe ich mal kurz hoch damit da bin ich mal was schönes alkoholinnen können könnte können dieser frau ich gebe ihnen ja eine klatsche digga wer war das war ich schon mal hier drin die tür wurde automatisch wieder zugemacht also da gibt es ja eine zeige wie kann man jetzt hier durch hallo ich bin ich lost muss ich irgendwas machen das box des bern hier die meske ski war jetzt im pended es mal haut muss jetzt eine maske finden also eine maske das hat mir auch noch gefehlt die ne ne scheiß maske Alter was weiß ich mit der maske halt doch einfach nicht digga Mensch Alter du nervst Rose I don't see the room and the good luck in the keys in the my trolley see the day then Cholita Cholita also Cholita ist der Name von dieser Person interessant sehr interessant also das muss sicher gerade aber muss ich jetzt nie wieder Maske finden wenn ich gerade gut verstanden habe auf englisch also bin jetzt nicht der beste in englisch aber ich sag es einfach mal nur so ähm ja ich guck mal so einen anderen raum digga vielleicht gibt es ja hier was schönes also hier sind ja nur ein scheiß tisch paar andere tische die gefühlt aufeinander gestapelt ist und jetzt gehen wir Alter diese Geräusche die ne das ist so scheiß creepy digga hier ist nur ein tisch nix der tisch bett das ist glaube ich mein tisch digga ist mein bett kann ich hier durch ja das wurde zugeballert digga was soll ich denn hier suchen einen scheiß Obdachloser oder was was ist das was ist das das ist eine Maske das ist eine Maske das sind halt die kleine gestückte Maske die zerbrochen sind oder das ist glaube ich eine Maske oder ich glaube das ist eine Maske so ja das ist eine Maske blöde ich schloss oh mein gott bin ich schlau digga ai 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 bin ich stumm also hier muss man irgendwo eine Maske liegen also die Stücke von der Maske das sind aber zerbrochene Maske also wir mussten gefehlt alle Räume durchsuchen eine Maske die liegen wo in einen Tisch oder so wir mussten jetzt alles jetzt durchsuchen und ja und dann eigenbrief ja 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 mit einem Freund digga ich geb dir eine eine Bumbe eine geile Bumbe okay hier gibt es keine Maske außer nur dieser scheiß Bett also gibt es hier nichts besonderes gibt es hier eine Maske ne du noch nicht also ich guck mal auf diese ganze Räume halt ob die hier in der Maske liegen wenn nicht dann gehe ich halt woanders halt hin und dann gehe ich halt untergeschockt boah diese Geräusche ey ne ich hab immer Angst wenn es vor meiner Fresse steht da schleuter ich gleich mein Handy woanders hin digga also no joke ich hab echt keinen Bock auf einen Jumpscare also hier ist keine Maske Stücke also diese Breche sind keine die kann man leider nicht mehr durch also sehr sehr Ehrenaffektion also wir müssen nochmal ein paar andere Maske halt die Fresse Lady so hier gibt es ja nichts anderes Digga was ist das für eine Scheiß was ist das also hier gibt es ja nichts besonderes hier ist ein scheiß abgefeiltes Ding also hier sind ja nur die Scheiß Sachen jetzt kommt ich muss glaube ich irgendwie runter gehen also ja ich glaube ich muss runter gehen also hier gibt es ja nichts anderes außer dieses Trick Trick Sachen also die da liegen ich bin deine Mama ich geb dir gleich eine Jörg ja ja also ich muss glaube ich unten nochmal gucken vielleicht gibt es da unten halt die Masken weiß und unten halt die Sache wo ich halt noch nicht war also unten Bereich also da liegen Stühle ungestapene zerballerte Tische also hier liegen noch ein paar andere Sachen Kinderbett ohje die armen Kinder der wäre sehr sehr schön gestorben also in dieser Bereich gibt es ja nicht nur ein Puzzleteil halt die verfegte Fresse oh doch doch da war einer da ist jetzt fast oh ein Zettel ja ja okay ich habe verstanden Dankeschön also hier ist ein zerballerten Tricks drin also hier gibt es ja nichts anderes als nur die Müll Toiletten zerballerten Toiletten Toiletten und ein Stuhl die gibt es auch nichts also hier gibt es ja fast gar nichts die Frage ich oh was ist das also sind drei Zettel ja also drei ja die Dermado okay oh was ist ich kann das Ding muss ich lange draufdrücken Top Tape International ja dann ja hier ja okay ich raste aus ja okay super das ist sehr sehr scheiße wenn man gerade irgendwie draufdrücken muss das was ist das die Tür muss man die Tür schießen man muss diese andere Puzzleteile oh real mach auf nein du nicht also das Ding ist schwer zu öffnen was ist das okay danke ich weiß ich mag es halt nicht zu lesen ich würde versuchen das ein bisschen halt freut unbedingt zu machen also Puzzleteile ist echt schwer zu finden ne mein Freundchen also musst du mir jetzt hier was gucken also ich bin echt der schlimmste Sucher hier also jo was passiert mit euch Leute okay ist das nein immer noch ein Zettel man ich hab keinen Bock mehr langsam ich fände hier keine scheiß Puzzlen Digga Digga wo soll ich denn noch hinlaufen hier ist alles geschlossen wo soll nur diese Kräume Digga was gefühlt zerbammert ich raste aus das was Digga ich suche hier 300 Meter Digga 300.000 Jahren Digga ich finde hier nur scheiße Digga Digga also hier gibt es ja nichts anderes jetzt nicht warte so gibt es ja nicht was ist das so eine scheiße okay warte hier war ich doch oder man hier gibt es ja keine Puzzleteile ich frage mich wo bin ich falsch gelandet also ich reg gleich ja so also hier gibt es ein bisschen Drogen Zettel 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 immer nur dieser scheiß Zettel die ich auf Englisch nicht teuchte rennen kann also ich raste gleich aus so eben kurz hier so da ist ein Zettel 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 kein Puzzleteil also ich muss kein Puzzleteil finden aber es ist gefühlt wie ein Puzzlespiel Digga also von unten gibt es ja nichts also ich gehe wieder oben ich glaube von oben muss ich ja nichts mehr suchen so ich bin unten halt also ich gehe wieder oben also dann kommt mir wieder zu okay sehr interessant also jetzt gehe ich mal hier durch ich glaube man muss es irgendwie von oben halt gucken weil unten habe ich gerade geguckt da gibt es halt keine Puzzleteile oder man braucht halt keine Puzzleteile ich weiß es halt nicht so genau ich kenne wie das Spiel ja nicht so gut aus ich spiele es ja zum ersten Mal das Spiel also erwarte ja nicht so viel von mir Leute Mensch Leute mal die Fresse Digga nervst du mich Digga Digga nervt das Ding Digga was soll ich denn hier ja Zettel immer nur Zettel das ist mal ein Spiel wo man einfacher machen kann als halt dieser scheiß Zettel Digga Digga Mensch 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 ich hoffe ich kann auf dem Bett drauf gehen ja auch hier kann ich ja leider nicht also ich kann ja hier in diesem Bett drauf gehen muss ich irgendwie auf dies ich sehe ja scheiß geil aus hier also oben gibt es ja nichts anderes außer nur und wann ist das denn normal bitteschön also muss ich jetzt von hier gehen und dann sehr interessant ich hab gleich ein Digga also ich hab geschlossen krass Digga ich laufe durch die ganze Sache ah man kann sprengen oh Gott oh mein Gott wusste ich nicht das wusste ich ja nicht was ist das ich wusste ja nicht das ist mein Springen kein Brüder bin ich los oh Gott bin ich los also man kann hier auch nur springen ah oh Gott bei mir hat gerade kurze Zeit gedreht Digga ich hab gedacht so scheiße er steht hinter mir Digga deswegen hat sich gerade gedreht dachte ich gerade nur kurze Zeit also ich kann nicht um springen also ja super ich hinter das Ding scheiße stecke ich fest natürlich okay also hier ist ja nichts außer nur kack abgefallene Dinger Digga die ich gefehlt nichts brauche mhm muss ich irgendwie auf den Dings drauf bett ne auf Bett wahrscheinlich also spring spring durch das was soll ich denn finden ich rast gehe ich gleich ab also hier gibt es ja nichts anderes Digga außer nur die Sache die Sache die Sache ja Frau komm mal her Junge ich brauche dich mal kurz ich brauche deine Hilfe ich weiß nicht wo ich die Sache finden kann Digga ich rast gleich aus Digga also hier gibt es ja nichts anderes außer nur diese scheiß mal die Sache also hier war das Zettel gewesen hier war dieser Puzzleteil gewesen aber ich weiß nicht wo die nächste Puzzleteil ist weil ich halt so dumm dafür bin und ich sehe einfach Maschala geil aus Digga und ich weiß nicht wie ich jetzt noch hochkommen soll das ist jetzt hier nein sag voila kann ich hier durchquetschen oh mein Gott Digga komm mal zieh durch Bruder zieh durch quetz dich durch quetz dich durch quetz dich durch ne geht nicht oder doch wenn ich mich halt von da springe ach ich bin so fett Digga geworden ey ne ich hab zu viel abgenommen zugenommen Alter ich muss das gehen Digga wenn ich mich halt so mache oder versuche durch zu quetschen Digga muss nicht funktionieren also muss ich jetzt für den Dach hier gehen Digga ich spiele jetzt gerade 20 Minuten lang und ich weiß immer nicht was ich mache also ich bin jetzt echt nicht das beste Spieler also Leute wenn ich mehr davon sehen wollte gelassen Like und Abo da und ihr Teil 2 wird dann auch bald kommen also ich werde das Spiel sowieso jetzt nicht neu starten oder so also ich werde es immer noch in diesem selben Modus halt in der selben Mission halt lassen und ja Digga ich bin so beinert Digga ich rass raus ich rass ich rass ich glaube ich muss mal YouTube gucken also erklärt mir mal Leute was ich machen soll also ich ich werde es ja irgendwann auch wieder live machen versuchen ist das eine Kerze ne ne Spritze weil das so Spritze ja ich weiß ja selber nicht was ich machen soll soll ich auf das Ding drauf springen ne geht auch nicht so lustige Mensch also was soll ich jetzt hier machen also hier gibt es ja nun diese Reihe bescheuerte polon polon ballon ja warte mal kurz warte mal kurz kann ich mich backen kann ich mich backen nein kann ich nicht also ja einfach drauf springen wir haben es sonst heul doch mal nicht so viel ich schwöre die auf Leben und Tod ich geb sie gleich eine ey jetzt neudruck ich schwöre diese Frau provoziert keine richtige Tiere und ich will durch oh mein Gott kann ich hier durch hey seht ihr mich hallo kuckuck 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 ja es ist langweilig Leute ich weiß dass es für euch langweilig ist aber ich weiß einfach nicht was ich mache ist doch ostafalala minak also ich gehe jetzt mal runter die meinten ihm im hospital ich bin ja im hospital also was wollt ihr denn noch von mir haben das ist ja nichts ja oh ah nee was ist das ach schade 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 ich bin ja im hospital zu zeigen oh ich glaube ich bin echt der beste sucher dick also hm na boin hier habe ich noch nicht geguckt ach nur ein schade 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 ja eine toilette ich möchte steht ich bringe die toilette drauf ich bringe die fetten Gehen. Oh, warte kurz. Von da geht auch nicht heißer. Eine Gießkanne. Was soll das hier überhaupt heißen? Eine Gießkanne. Also, Leute, auf eine Gießkanne wird man echt nicht gesund. Also, teamlich abstüssig. Man kann hier einfach nicht mehr raus. Ich kriege ja gleich ein Absturz des Jahrhunderts, ey, ne? Ja, ja, ja. Ein paar Stunden, ein paar Stunden. Du wirst stress, mein Freund. Du wirst stress. Yes, I do. I do it. You touch my wheelie. You touch me, I say, yeah? Okay, Spaß. Also, hier gibt es ja nichts anderes, sondern diese scheiße Dinger. Äh. Digga, ich lauf preis herum. meine Laune ist auch wie sie im Abkacke, ey. Ja. Ich lasse es einfach mal zu und es funktioniert ja leider nicht. Also, ich beende den Video, wenn öffentlich hat es euch gefallen. Leider hat es euch irgendwie noch nicht mehr Spaß gemacht. Man merkt hier gerade, wie ich drauf bin. Das gibt es einfach nur kleiner Spasti. Spasti. Und ja, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, Digga, wie ich einfach rumschreie und dann irgendwann nochmal den zweiten Teil halt rausbringe und dann irgendwann dann mehr ein bisschen spannender wird, anstatt jetzt, was hier gerade langweilig war. Und ja, Leute, würde mich freuen, ein Abon-Like da zu lassen, Digga. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann, ja, fünf Likes oder drei Likes würde ich dann den zweiten Teil hochladen. Also, ja, wenn ihr nicht mehr liken, wenn ihr halt nicht mehr sehen wollt, dann lasst gerne einen Dislike da und einen schlechten Kommentar da. Dann weiß ich dann, dass es euch dann nicht gefallen hat. Also, Kuss geht raus an jeden und supportet auch gern mich. Kuss an jeden. Kuss, Kuss. Ciao, ciao.